Willkommen im Schnäppchenkeller von ProfiSchnap.de mit einem Keunohr-Schnäppchen hier. Eine kleine Formation Alonso in einem sehr, sehr robusten und pflegeleichten Stoff Q2 von Rohleder. Reine Kunstfaser, extrem strapazierfähig und mit einer Hochlehnenrückenverstellung. Und wenn ich sage Hochlehnen, dann meine ich Hochlehnen. Ich kann hier den Kopf anlehnen, nicht nur die Schultern, sondern auch den Kopf. Also richtiger Hochlehnenkomfort. Ich kann aber auch hier zum Beispiel nur halb hochgehen. Hier gehen wir mal wieder runter, sieht besser aus. Und dann habe ich natürlich auch einen maximalen Kuschelkomfort, Liegekomfort. Jeder kann es sich richten, wie er will. Man kann natürlich auch hier schön so drauf liegen. Die Garnitur ist etwas softer gepreistet. Sehr knuddelig gemacht. Die wird auch ein paar Falten bekommen. Ohne hat sie schon, weil einfach das so gewollt ist. Das ist der legerere Stil. Sie haben hier kompakte Außenmaße. Schauen Sie in der Beschreibung unten. Da sehen Sie die Maße. Und Sie haben einen super Preis. Pflegeleicht, klein und preiswert. Sind das die Dinge, die Sie wollen? Dann habe ich einen Tipp für Sie. Alonso von Coilor aus Oberfranken. Dankeschön. Schnappen Sie zu. Und tschüss. Schnappen Sie zu. Schnappen Sie zu.